Moin, hier ist der Pikmin-Fan-Club und zwar das kommt dazu, weil ich mich spiele Minecraft. Und ich gehe den Ender-Dragor-Rofmann. Wie vorläuft! Hä, cool. Oh, du lecker, Muppi! Oh, shit! Oh, jetzt haben wir die Müll gereicht, ja? Oh, scheiße. Okay, also das kann einfach in den Ender-Portal zu finden. Muss einfach mit den Ender-Ein und Blut werfen. Und in die Richtung, die weißen Musik gehen. Ganz einfach. Und jetzt und ich weiß nicht ob du Böhmann oder muss einfach grövi, grövi, grövi machen. Da musst du dir! Und da muss ich den Kopf, weil du keine liest oder Lava fallen. Ja, Lava, du. Vergiss nicht, ich will noch mal ein bisschen. Nö. Sind zu dumm dafür. Ich freu mich, wenn nicht fort gehts, und wenn du nicht zurück könnt, sinds dann auch immer Rosen. Ich bin froh. Hm. Also der dort mega lang. Mhm. Also wenn mal so kreativ, du willst, geht es mir schnell. Oh. Oh. Okay, jetzt weiß doch immer die Verstichtung. Tanja, Verrufe stirbt. Hui. Prost tut. Ja. Wolfspawner. Wo? Oh. Oh scheiß. Nur Lünpiep. Bis nur waren die The End Portale nach immer an der Wüste. Der Tisch. Kann gut sein, dass wir gleich vonnen. Hm. Aha. Du gehst schon in die andere Richtung. Komm. Ah. Du siehst du. Geh drauf. Und du rum. Wo war ich denn? Vertreue Richtung. Genau einer da. Pass auf bloß. Nö. 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 Ziem. Nö. Nö. Einfach ich dir fehlen. Nö. Okay. Wir sehen uns dann was. Adieu.